Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gelsenkirchen, 12. Mai 2021. Kindermörder Israel skandierte eine Horde von Menschen, die in Richtung Synagoge marschierte. Alu Akbar, SCH.Juden, waren weitere Parolen des Mobs. Und mitten unter ihnen nicht nur palästinensische Fahnen, sondern auch viele türkische Fahnen. Hagen, 16. September. Ein 16-jähriger Syrer wird festgenommen. er soll einen Anschlag auf die Synagoge vorbereitet haben. Heldenminister Reul wird zitiert mit, der Tatverdächtige habe eine möglichst volle Synagoge treffen wollen. Hamburg, 19. September. Mehrere junge Männer stürmen eine pro-israelische Mahnwache, riefen widerliche antisemitische Parolen. Anschließend schlug der Täter Aram A., einen 60-jährigen Mann nieder. Folge für diesen Mann gebrochenes Nasen- und Jochbein. Die Brille des Mannes zerbrach und ein Splitter ging ins Auge. Krankenhaus, sofortige OP. Das Opfer sagte der Zeitung, ich zitiere, die Netzhaut des Auges könnte sich auch noch ablösen. All diese Taten der letzten Monate fanden nicht in Damaskus statt. Sie fanden nicht im Gazastreifen statt. Sie fanden nicht in Teheran statt. Sie fanden mitten unter uns statt. Doch viele von Ihnen verschließen die Augen vor dieser Art des Antisemitismus. Aber heute wird es Zeit, sich auch mit eingewandertem Antisemitismus zu beschäftigen. Denn nur wenn man die Ursachen kennt, kann man diese wirksam bekämpfen. Und wir als AfD, wir wollen jeglichen Antisemitismus bekämpfen, egal ob von Rechtsextremen, von Linksextremen oder religiösen Extremisten. Jeglicher Antisemitismus gehört bekämpft, meine Damen und Herren. Und da reichen keine Lippenbekenntnisse, beispielsweise von Herrn Stamp, keine Regenbogenfahnen, um ein Zeichen gegen Ungarn zu setzen. Nein, dazu gehört wahrlich kein Mut. Mutig wäre es vielmehr, wenn Herr Stamp oder Sie, Herr Glocke, bei der Fußball-WM in Katar vielleicht mit einem Charlie Hebdo-T-Shirt in Regenbogenfarben auftauchen würden, mitten im Stadion. Dann wären Sie echt mutig, meine Damen und Herren. Wenn Sie wissen wollen, was homosexuelle Menschen in Ländern wie dem Irak passiert, dann empfehle ich Ihnen den 67-seitigen Bericht von Human Rights Watch über Folter und Morde an Homosexuellen im Irak. Auf der Welt gibt es viele Länder, in denen der Hass auf Andersdenkende, auf Andersgläubige der Normalzustand ist. Sei es der Hass auf Christen, sei es der Hass auf Juden. Schauen Sie sich als Beispiel den Index der Christenverfolgung auf der Internetseite von Open Doors an. Aktuell werden 309 Millionen Christen verfolgt. Die islamistische Gewalt hat die Sub-Sahara-Region zur tödlichsten Region für Christen gemacht. Und auch der religiöse Nationalismus durch Regierung oder durch Mehrheitsreligionen nimmt immer weiter zu. Und wenn Sie sich die Länder anschauen, wo die Christenverfolgung besonders extrem ist, dann fallen dort unter den vorderen Plätzen folgende Länder auf. Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. In diesen Ländern ist die Christenverfolgung extrem. Und wir können davon ausgehen, dass die Menschen in diesen Ländern Christen und Judenhass als Normalzustand erleben. Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Wenn Sie sich diese Länder anschauen, dann erkennen Sie, dass es sich um die Top 8 Herkunftsländer der Asylbewerbe handelt. Aus diesen Ländern kamen 2021 mehr als 80 Prozent der Asylbewerber. Und die gesellschaftliche familiäre und kulturelle Prägung dieser Asylbewerber fand in den Ländern statt, die Judenhass als Normalzustand empfinden. Und vor dieser Tatsache dürfen wir doch unsere Augen nicht verschließen. Deshalb muss die Landesregierung endlich ihre Hausaufgaben machen und hierfür eine unabhängige Studie in Auftrag geben. Es muss endlich erforscht werden, wie sich diese gesellschaftliche Prägung der Herkunftsländer auf die Integration auswirkt. Denn eine Integration kann nur funktionieren, wenn man die Augen vor den Problemen nicht verschließt. Vielen Dank.